Sicherheit unter dem blauen Schirm Vor circa zweieinhalb Jahren habe ich den Entschluss getroffen, ein neues Büro anzugehen und bin auf die Elke Niemeyer zugegangen und habe gesagt, Mensch Elke, ich würde gerne ein neues Büro planen, machen wir es gemeinsam. Ich bin Sargon Kanon, die Pilotagentur vom Vertriebsbüro der Zukunft. Herzlich willkommen unter dem blauen Schirm. Hier empfangen wir unsere Kunden, nehmen ihre Dokumente entgegen, bieten ihnen ein Espresso oder Cappuccino an und gehen anschließend mit den Kunden in verschiedene Beratungssituationen. Eine dieser Beratungssituationen findet in unserem großen Besprechungsraum statt. Geschützt durch einen besonderen Akustikvorhang und bei Veranstaltungen einfach aufschiebbar. Alle Arbeitsplätze sind mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet. Unsere Schreibtische haben zusätzlich einen Akustikschutz und bieten unseren Mitarbeitern eine geschützte Arbeitsatmosphäre. An diesem Akustikschutz ist der flexible Greifarm für die Bildschirme montiert. Zum Vertriebsbüro der Zukunft gehört auch ein eigens eingerichteter Online-Raum, wo Online-Beratungen optimiert stattfinden können. Die Idee war, etwas Zukunftsweisendes umzusetzen, etwas Zukunftsfähiges umzusetzen, was für die Mitarbeiter gut ist, auch für die Mitarbeitervermarktung gut ist und auch eine Wohlfühl-Atmosphäre für die Kunden zu schaffen. Das ist Gott sei Dank gelungen. Die Kunden nehmen das sehr wohl an und fühlen sich wohl bei uns. Kommen Sie mit! Jetzt kommen wir zu unserem Highlight. Unsere Meetingbox. Der Ort, der am meisten genutzt wird für interne Besprechungen. Aber auch Kundenberatungen finden hier statt. Bei geschlossener Tür, schalldicht und voll geschützt. Für unsere Mitarbeiter haben wir auch einen eigenen Rückzugsort geschaffen, um Pause zu machen. Hierfür sieht das Konzept auch verschiedene, sehr moderne und angenehme Sitzenmübel vor. Zusammengefasst kann ich sagen, dass wir sehr positive Rückmeldungen von unseren Kunden erhalten haben. Die Erfahrung mit den Dienstleistern war hervorragend. Meine Mitarbeiter sind sehr zufrieden. Ich kann all meinen Kollegen empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem neuen Konzept zu beschäftigen. Auch die VKB hat sich interessante Unterstützungsmöglichkeiten überlegt. Weil Beschützen unsere Leidenschaft ist. Seit über 200 Jahren. Versicherungskammer Bayern. Von König Max erschaffen.